Nenne dich nicht arm, weil deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Wirklich arm ist nur der, der nicht geträumt hat. Siege, aber triumphiere nicht. Wenn wir auch der Schmeichelei keinen Glauben schenken, der Schmeichler gewinnt uns doch. Die in Schleier gehüllte Notwendigkeit Viele Worte sind lange zu Fuß gegangen, ehe sie geflügelte Worte wurden. Der ans Ziel getragen wurde, darf nicht glauben, es erreicht zu haben. Am Ziel deiner Wünsche wirst du jedenfalls eines vermissen, dein Wandern ans Ziel. Wenn wir nur noch das sehen, was wir zu sehen wünschen, sind wir bei der geistigen Blindheit angelangt. Es gibt kein Wunder für den, der sich nicht wundern kann. Ein einziges Wort verrät uns manchmal die Tiefe eines Gemüts, die Gewalt eines Geistes. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Jeder Mensch hat ein Brett vor dem Kopf. Es kommt nur auf die Entfernung an. Wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Wenn du durchaus nur die Wahl hast zwischen einer Unwahrheit und einer Grobheit, dann wähle die Grobheit. Wenn jedoch die Wahl getroffen werden muss zwischen einer Unwahrheit und einer Grausamkeit, dann wähle die Unwahrheit. Ob es in dieser Welt sich wirklich so verhält, dafür kann ich nicht stehen. Ich habe es so gesehen. Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil. Man muss das Gute tun, damit es in der Welt sei. Das Verständnis reicht oft viel weiter als der Verstand. Vernunft annehmen kann niemand, der nicht schon welche hat. Das Vernünftige ist durchaus nicht immer das Gute. Das Vernünftigste jedoch muss auch das Beste sein. Misstraue deinem Urteil, sobald du darin den Schatten eines persönlichen Motivs entdecken kannst. Im Grunde ist jedes Unglück gerade nur so schwer, wie man es annimmt. Nichts ist schwerer, als den gelten zu lassen, der uns nicht gelten lässt. Die Vergnügungssucht ist unersättlich und frisst am liebsten das Glück. Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben. Es schreibt keiner wie ein Gott, der nicht gelitten hat wie ein Hund. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten und ganz viele tolle Zitate-Wünsche. Was uns an der sichtbaren Schönheit entzückt, ist nur ewig die unsichtbare. Ausnahmen sind nicht immer Bestätigung der alten Regel. Sie können auch die Vorboten einer neuen Regel sein. Wohlerzogene Menschen sprechen in Gesellschaft weder vom Wetter noch von der Religion. Sagen, was man denkt, ist manchmal die größte Torheit und manchmal die größte Kunst. Geistlose kann man nicht begeistern, aber fantasieren kann man sie. Das Recht des Stärkeren ist das stärkste Unrecht. Es hat noch niemand etwas Ordentliches geleistet, der nicht etwas Außerordentliches leisten wollte. Die Großen schaffen das Große, die Guten das Dauerhafte. Du kannst so rasch sinken, dass du zu fliegen meinst. Wenn die Neugier sich auf ernsthafte Dinge richtet, dann nennt man sie Wissensdrang. Der Gescheiterte gibt nach. Ein unsterbliches Wort. Es begründet die Weltherrschaft der Dummheit. Sobald eine Mode allgemein geworden ist, hat sie sich überlebt. Man darf anders denken als seine Zeit, aber man darf sich nicht anders kleiden. Er ist ein guter Mensch, sagen die Leute gedankenlos. Sie wären sparsamer mit diesem Lobe, wenn sie wüssten, dass sie kein Höheres zu erteilen haben. Der einfachste Mensch ist immer noch ein sehr kompliziertes Wesen. Dafür, dass uns am Lobe nichts liegt, wollen wir besonders gelobt sein. Wir müssen immer lernen, zuletzt auch noch sterben lernen. Was noch zu leisten ist, das Bedenke. Was du schon geleistet hast, das Vergiss. Es gibt keine schüchternen Lehrlinge mehr. Es gibt nur noch schüchterne Meister. Wenn man das Leben als eine Aufgabe betrachtet, dann vermag man es immer zu ertragen. Es geschieht zu jeder Zeit etwas Unerwartetes. Unter anderem ist auch deshalb das Leben so interessant. Das Leben erzieht die großen Menschen und lässt die kleinen laufen. Steril ist, dem nichts einfällt. Langweilig ist, wer ein paar alte Gedanken hat, die ihm alle Tage neu einfallen. Aus dem Verlangen nach dem Überflüssigen ist die Kunst entstanden. Es glaube doch nicht jeder, der imstande war, seine Meinung zu einem Kunstwerk aufzuschreiben, er habe es kritisiert. Die kleinen schaffen, der große erschafft. Für das Können gibt es nur einen Beweis. Das Tun Ob zwei Leute gut getan haben, einander zu heiraten, kann man bei ihrer silbernen Hochzeit noch nicht wissen. So manche Wahrheit ging von einem Irrtum aus. Gedanken, die schockweise kommen, sind Gesindel. Gute Gedanken erscheinen in kleiner Gesellschaft. Ein göttlicher Gedanke kommt allein. Wenn jeder dem anderen helfen wollte, so wäre allen geholfen. So mancher meint, ein gutes Herz zu haben und hat nur schwache Nerven. Gemüse Gedanken erscheinen. Wenn jeder auf einen Gelegenheit kommt, war das Gefühl. Er Clan David zu das Gefühl. Er hat die Brotung an heftigen Herzchen.